Ein weiterer Simulator, wo wir so schnell werden müssen wie möglich, ja, das ist richtig. Also, willkommen zu einem neuen Roblox-Video und heute werden wir wieder so schnell, wie es nur geht, denn das ist unser heutiges Ziel mal wieder. Wäre so schnell wie möglich und es gibt einige Spiele, die so sind in Roblox, beziehungsweise es gab einige, aber das ist momentan das meistgespielteste und anscheinend das neuste. Wir fangen ganz langsam an wie eine Schildkröte und dann werden wir immer schneller. Das ist quasi der Sinn des Spiels. Abonnieren hier unten kostenlos, falls ihr euch nicht getan habt. Für mehr Videos lasst es aber doch oben da. Leute, wir sind wie eine Schildkröte, genauso wie der hier, der ist auch mega langsam auf jeden Fall. Ich meine, holy moly, also wir sind wirklich langsam, aber je mehr wir rennen, desto schneller werden wir. In ein paar Jahren erreiche ich auch mal den nächsten roten Punkt, Leute. Das ist leider so, aber was soll ich machen, Leute? Kann ich ja die Musik ausschalten. Ja, lasst mal die Musik ausschalten. Dann kann ich meine eigene reinmachen auf jeden Fall. Aber Leute, ich bin so verdammt langsam, dass nicht mehr normal was hier abgeht. Komm schon, bitte ein bisschen schneller. Oh, wir können auch Tierchen holen, wie wir wollen. Lass mal sehen. Ah, Bunny für... Oh, ich sehe gerade. Aber das sind ganz schön viele, ne? Ich meine, kann ich nur vier holen? Ah, next. Oh, es gibt wahrscheinlich noch mehr, Leute. Aber gar nicht. Gibt es ernsthaft nur sechs Tierchen? Weil wenn ja, dann wäre das sehr merkwürdig. Hier können wir mehr Diamanten holen, wie wir wollen. Und sogar VIP. Zweimal mehr Geschwindigkeit können wir auch holen. Ich werde erst mal kurz warten. Zweimal mehr Orbs. Zweimal mehr Diamanten. Zweimal mehr Rebirths. Drei mal Eier. Also, ich glaube, man kann noch mehr Eier holen, weil das macht sonst gar keinen Sinn, Leute. Wisst ihr was? Nach... Oh Gott, okay. Ich gehe jetzt in die Stadt. Ich kann nicht für einmal hier bleiben. Auf jeden Fall gibt es hier... Oh, ich habe ein Tierchen. Ah. Okay, okay. Interessant, Leute. Ich habe schon ein Tierchen, so wie es aussieht. Hier kann man Rebirth. Mit 5000 Geschwindigkeit kann ich Rebirthen. Hör auf anzugeben, okay? Wir können beim Brennen mitmachen. Könnte ich eigentlich... Ja, ich werde es mal tun, Leute. Ich meine, vielleicht bin ich der einzige Brenner. Da hatte ich sogar eine Chance. Das wäre richtig geil, auf jeden Fall. Okay, coole Stadt, auf jeden Fall. Ich meine, ich schaue das mal an. Das ist cool, Leute. Ab 1000 Speed unlocken wir die nächste Gegend. Alter Schwede. Ich meine, der ist schon ganz so schnell. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht mehr als 1000 Speed hat. Also, langsam kommen wir da hin. Aber es dauert halt Ewigkeiten. Uh, okay. Wir können mal Brennen mitmachen. Ich hoffe, ich werde gewinnen, Leute. Ich meine, es ist sehr unwahrscheinlich, weil ich bin halt echt hardcore mega langsam. Lass mal sehen, ob ich eine Chance habe. Oh mein Gott. Bestes Rennen der Welt, Leute. Bestes Rennen. Nein, nein. Sie hat es geschafft, Leute. Sie war zuerst da. Und jetzt bin ich genau wieder hier. Hier wollte ich nicht sein. Ist das witzig, Alter. Wie langsam wir waren. Das ist ja nicht mehr normal. Okay. Ich würde sagen, ich werde mir Robux holen, Leute. Weil ansonsten werde ich... Werde ich diffamiert. Special Zone. 25 Diamanten pro Minute. Spezialtierchen. Uh, ich hole es mal, Leute. Lass mal sehen. Wir sind jetzt VIP. Habe ich jetzt ein neues Tierchen? Ich sehe keins. Also, sehr merk... Ah. Uh. Oh mein Gott. Wir können es sogar benennen. Lass mal sehen, wie es aussieht. Du siehst... Okay, ich habe einen Namen für dich. Wir nennen dich Gelbi. Oh, wie süß, Leute. Und der heißt High. Nutzlos nennen wir den auf jeden Fall. Sehr schön. Was? Ernsthaft? Gelbi und nutzlos. Wieso kann ich Ihren Namen nicht sehen? Das würde... Oh, wir bekommen so viel Geschwindigkeit jetzt. Ist ja nicht mehr normal. Also, Gelbi ist das... Wieso geht das aber nicht? Gelbi. Das kann kein Name sein, der nicht erlaubt ist, Leute. Ich kann ihm keinen Namen geben. What? Okay, das ist merkwürdig, Leute. Ich meine, mir ist egal. Gelbi und Nutzlos müssen da keinen Namen stehen haben, damit sie für mich einen Namen haben. Aber wir brauchen hier tausend Geschwindigkeit, um zur nächsten Gegend zu kommen. Und das werden wir uns nochmal holen. Würde ich jetzt einfach mal sagen, Leute. Also, lass mal sehen. So. Gehen wir mal da hin. Und die nächste ist ab 10.000. Was ja auch kein Problem sein sollte. Wir haben die nächste Gegend freigeschaltet. Eine blaue Stadt. Okay, ich kann mir ja vorstellen, die Gegenden sollten immer größer werden. Ich meine, ich kann es mir ja nicht anders erklären, Leute. Warte mal. Wieso habe ich... Okay, ich habe jetzt über 1.000, ne? Sehr schön. Aber das dauert halt nur bis 10.000, könnte es dauern. Lass mal kurz sehen, Patchshop. Seit pro Minute bekommen wir jetzt eine Menge auf jeden Fall. Wir könnten beim Blenden wieder mitmachen. Aber ich sehe keinen Grund, momentan zumindest noch nicht. Und wo soll ich? Ja, ich mache mal mit auf Spaß, Leute. Wieso eigentlich nicht? Ich meine, jetzt bin ich ja wenigstens ein bisschen schneller. 2.000 Geschwindigkeit. Wird das aber nicht so viel sein. Also da geht auf jeden Fall noch viel mehr. Aber für das Erste werde ich mich zufrieden geben. Diesmal sind 6 Leute dabei. Und auch wenn... Alter, wie schnell die sind. Das ist ja unnormal. Auch wenn die wirklich unnormal schnell sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir es auf jeden Fall hinbekommen. Lass mal sehen, Leute. Oh Gott, bitte warte, 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 warte. Da ist die Finishline. Ich sehe es. Sie hat sich auf die Fresse gelegt. Alter, Leute. Das wäre so geil, hätten wir sie eingeholt. Aber wir haben es zum Ziel geschafft diesmal. Also das ist schon echt krass. Sie hat ein Tempo von 28.000. Mein Tempo ist 3.000. Also momentan sind wir die zweitschnellsten. Wir sind auch noch vier Leute im Lobby. Was aber komplett okay ist, würde ich sogar sagen. Wo sind die anderen? Ich glaube, wir haben eine Geschwindigkeit von 4.000 jetzt. Was echt eine geile Geschwindigkeit ist auf jeden Fall, Leute. Aber kann ich wieder zurückgehen? Oh, ich bin noch schneller. Ich habe das Gefühl, ich wurde gerade hier noch schneller. Kann das sein, Leute? Plus 37 bekommen ich bloß eine Kunde. Aber seht ihr das, Leute? Ich habe das Gefühl, ich werde immer schneller. Also so viel schneller. Okay, das ist echt crazy, Leute. 10.000 sollten wir ohne Probleme bekommen. Aber ich glaube, ich werde mich resetten. Weil irgendwie sind wir immer noch hier. Und ich will hier gar nicht mehr sein. Okay, wir sind wieder zurück. Nun, die Frage ist jetzt. Sind das wirklich die einzigen Tierchen dort? Weil wenn ja, dann sollte ich jetzt zu 100% mehr dieser Teile sammeln. Uh, wie viel bekommen wir denn dazu, wenn ich einsammle? Fünf. Okay, also diese Teile zu sammeln ist so wichtig, um neue Tierchen zu holen. So wie es aussieht, Leute. Wir können aber auch mehr holen, wir wollen. Soll ich die nochmal machen, Leute? Ist aber ganz schön teuer. Weil ich glaube, das sind die einzigen Tierchen, die wir bekommen können. Kann das sein? Das wäre ein bisschen lame, wenn das die einzigen Tierchen sein würden, die wir bekommen können. Aber vielleicht ist das sogar ein Fakt, Leute. Das könnte natürlich sehr wohl sein. Okay, bald können wir in die nächste Gegend wohl vielleicht mehr dieser Diamanten bekommen. Weil ich meine, die sind ja... Ne, diesmal war ich nicht mit meinen, Leute. Weil obwohl der Text die ganze Zeit hier im Weg steht. Und diesmal ist sogar einer dazugekommen in die Lobby. Was sehr geil ist. Der hat auch null Geschwindigkeit, wie ich. Wisst ihr, was wir begonnen haben, Leute? Da war ich echt langsam. Mittlerweile geht es aber definitiv. Wisst ihr was? Ich sammeln... Oh, habe ich mir jetzt schon geholt? Ich glaube, ja. Okay, dann equippen wir einfach mal, Leute. Ist derselbe wie nutzlos. Wir haben jetzt zweimal nutzlos, wie es aussieht, Leute. Was sehr interessant ist. Zweimal nutzlos zu haben, ist sehr cool. Aber wir haben jetzt schon 8000 Geschwindigkeit. Bald er wird 10.000, Leute. Alter, ich muss sagen, langsam fühle ich mich schon sehr schnell. Also, ich meine, natürlich geht es noch viel schneller. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Aber ich sehe immer, wie so das Spiel neu... Also, wie so das Spiel so cool ist. Weil ich meine, das ist zwar einer dieser Laufsimulatoren. Aber es ist einer dieser mit diesem Prinzip, so, wenn du genug hast, kannst du weiterkommen zur nächsten Gegend. Vielleicht gibt es noch einen interessanten Gegend, Leute. Das werden wir aber sehen, was uns erwartet. Wir haben nämlich gleich 10.000. Wir haben jetzt 10.000, Leute. Und ich glaube... Kann ich mir zumindest vorstellen, die Juwelen werden hier viel mehr wert sein. Nice. What? Hier... Ah, ich muss es ausgeben. Okay, jetzt verstehe ich, Leute. 50.000 als Nächste. Wisst ihr was, Leute? Jetzt, wo wir schon hier sind, das Spiel ganz cool aussieht. Werde ich gerne mal ein bisschen... Also, einmal zwei mehr Speed. Das kostet nur 99.000. Das ist gar nichts, wie teuer das ist. Zwei mehr Diamanten. 940. Das ist gar nichts, Leute. Zwei mehr Rebirths. Rebirths brauche ich erstmal nicht. Triple X. Ich meine, das ist ein bisschen teurer. Habe ich schon Eier geöffnet überhaupt? Ich meine, ich habe noch 10 Mal mehr Speed. Wow. 100 Mal mehr Speed. Ach, du Kacke, Leute. Das ist echt teuer. Wir bekommen jetzt immer noch 38.000. Ich glaube, das dauert ein bisschen, bis der Effekt einsetzt. Wie viele Tierchen kann ich eigentlich equippt haben? Wir können vier Tierchen equippt haben. Sehr interessant auf jeden Fall. Aber bekomme ich jetzt schon mehr pro Sekunde? Hm, ich weiß es gar nicht. Ich meine, wir bekommen auf jeden Fall, glaube ich, mehr Geschwindigkeit. Ja, 50.000 brauchen wir. Was so unnormal viel sein wird. Tja, das ist das Ding, Leute. Es ist unnormal viel. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir das Doppelte bekommen. Obwohl? Nee, also wir sammeln natürlich diese Punkte hier. Die geben uns auch mehr. Aber das Doppelte sollte nicht 38 sein, sondern das sollten irgendwie 100 sein oder 80 sein oder 70 oder sowas sein, Geschwindigkeit. Aber ich sehe diese kleinen Zahlen, die hier hochkommen. Bis jetzt bekomme ich nicht doppelt so viel. Ähm, ich will noch nicht in einem Rennen mitmachen, Leute. Weil, ja, meine Geschwindigkeit ist noch nicht allzu geil. Ich brauche mehr Geschwindigkeit im Leben. Aber wir können wieder zum Pet Shop gehen, Leute. Und uns für fast 500 werde ich mir einen White Dog holen, Leute. Vielleicht gibt es später auch noch andere Tischen, weil ich sehe hier keine Eier. Wisst ihr, was ich meine, Leute? Ich sehe hier einfach keine Eier. Also ich sehe hier nur blaue Häuser. Aber warte mal, da sind wir ja nicht mal. Also die linke, die liederne Gegend ist die beste momentan. Was halt sehr schön ist. Und wir haben jetzt schon wieder 7000 Geschwindigkeit, was eine Menge ist. Die Frage ist nur, wie werden die nächsten Gegenden sein? Gibt es da neue Eier oder nicht? Weil ich könnte mir bald das 500 Diamanten Ei holen, was einfach richtig geil sein wird. Ich mache das mit 7000 Robux. 7000 Robux ist zu viel, Leute. Vielleicht 1000 Robux. Aber 7000 Robux ist eine Menge. Also ich weiß nicht, ob ich das ausgeben würde. Wahrscheinlich eher weniger, Leute. Dazu würde ich noch andere Robux-Spieler spielen. Und 7000 Robux. Mit 7000 Robux kann man so viel anfangen, okay? Ist unnormal. Ich weiß gar nicht, wieso ich immer in die blaue Gegend gehe, obwohl ich hier viel besser dabei bin, Leute. Wir haben jetzt 500. Lass mal kurz sehen. Uh, lass mal einfach den hier holen, würde ich sagen. Wir haben ihn jetzt geholt. Der gibt mir auf jeden Fall mehr von allen. Was wundervoll ist. Wie gesagt, die Benennen lasse ich mal. Ich lasse es einfach mal mit dem Benennen, Leute. Und jetzt habe ich ja... Habe ich jetzt mehr Tierchen? Ja, jetzt habe ich mehr Tierchen. Jetzt sollte ich mal... Ja, jetzt bekomme ich 47. Auch wenn es mich ein bisschen wundert, weil ich habe mir das ja geholt, ja. War das so viel Geschwindigkeit oder was war das? War ja mehr Geschwindigkeit. Ja, das habe ich schon geholt, Leute. Hm, merkwürdig. Ich meine, ich würde mir noch 10 Mal mehr Geschwindigkeit holen. Aber wenn ich keinen Effekt bei 2 Mal mehr Geschwindigkeit sehe. Vor allem... Oh, ich mache es einfach mal, Leute. Ich mache es, was soll es, Leute. Ist okay. Lass mal sehen. Bekomme ich jetzt viel mehr? 47? Ich meine, ich bekomme schon mehr. Also, ich fühle mich deutlich schneller. Aber von der Punktzahl her geht das nicht 10 Mal mehr hoch. Das ist schon verwirrend. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es klappt oder nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich meine, wenn ich 10 Mal so schnell bin... Okay, die wird immer noch schneller sein als ich. Ich werde mal noch nicht beim Rennen mitmachen, dieses Mal auch nicht. Ich muss mehr Schnelligkeitsbewusstsein bekommen, okay? Nicht Selbstbewusstsein, sondern Schnelligkeitsbewusstsein. Irgendwie witzig, wenn ich renne, Leute. Kommt es mir so vor, als würde ich gerade einfach mal in den Supermarkt rennen. Weil heute Samstag ist und morgen Sonntag. Und wenn ich es nicht rechtzeitig schaffe, dann habe ich Sonntag nichts zu essen. Also, irgendwie sieht das so aus, oder? Ich weiß auch nicht, mit was anderem kann ich es nicht vergleichen. Also, es ist wirklich merkwürdig, Leute. Weil ich fühle mich deutlich schneller. Aber irgendwie auch nicht. Meine Punktzahl, zum Beispiel, geht nicht so schnell hoch, wie ich mich von der Geschwindigkeit fühle. Versteht ihr das, Leute, was ich sagen will? Das ist schon sehr merkwürdig. Und ich fühle mich auch ein bisschen zu schnell für die Gegend. Also, die Gegend ist zu klein für mich, finde ich. So, ich würde lieber in die nächste Gegend gehen, die aber 50.000 kostet. Und ich weiß nicht, wie ich 50.000 bekommen soll. Ich weiß nicht, wir haben jetzt 18.000. Das sollte ganz schön lange dauern, bis wir wirklich 50.000 bekommen. Wieso dauert das so lange, Leute? Das sollte eigentlich nicht so lange dauern. Vielleicht sollte ich mich nochmal resetten. Was denkt ihr, Leute? Soll ich tun? Ich hoffe, meine Geschwindigkeit wird nicht weg sein. Aber ich weiß mal, vielleicht müsst ihr uns resetten, Leute, um den Effekt zu spüren. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist das schon der Effekt. Und schneller geht es einfach nicht. Nee, ich meine, ich fühle mich schon sehr schnell. Aber ich bekomme immer nur noch so viel. Also, mehr bekomme ich nicht. Hm, 20.000. Ich bin ein bisschen verwirrt, Leute, muss ich sagen. Ich meine, ich bin schon ziemlich schnell. Ich kann hier schon echt schnell durchrennen. Und früher oder später werden wir unsere 50.000 erreichen. Das steht fest. Trotzdem bin ich ein bisschen verwirrt. Eigentlich mussten wir gar nicht so präzise die Teile einsammeln. Wir können einfach nur überall irgendwo hinrennen. Oder können wir die Teile einsammeln? Das ist wie so ein Spiel von oben. Aus der Vogelperspektive. Aber wir haben 650. Uh, wir können bald den nächsten holen, Leute. Was richtig geil ist. Das nächste Tierchen. Weil, wie gesagt, von der 10-Facher-Geschwindigkeit spüre ich recht wenig, leider. Ich meine, ich bin zwar schnell jetzt. Auf jeden Fall zu schnell ein bisschen für die Gegend sogar. Aber ich spüre trotzdem wenig. Aber wir haben jetzt 700. Das heißt, wir können uns einfach mal das nächste Tierchen holen. Was mich aber da wieder wundert, und zwar, wieso gibt es hier keine Eier? Also, es ist ein komisches System auf jeden Fall. Also, wir werden ihn auf jeden Fall equippen. Und den hier auf jeden Fall auch. Sodass wir vier Tücherchen auf jeden Fall dabei haben. Der ist natürlich auch krass, ne? Vielleicht kommt das noch, Leute. Das werden wir sehen. Vielleicht aber auch nicht. Also, oh, da hinten, Leute. Schaut euch mal da hinten an. Da sind so Inseln oder so. Schwer zu sehen von hier. Aber da hinten ist mehr anscheinend. Ich bin ein bisschen neugierig. Das ist das Ding. Aber ich habe erst die Hälfte von 50.000. Warte mal, was haben wir hier? Oh, interessante Gegend. Was ist das denn, Leute? Würde mich mal ein bisschen bekommen wie irgendwie mehr oder so. VIP-Portal. Okay, das ist VIP. Aber hierfür bin ich auch zu schnell. Zu 100% bin ich hier zu schnell, Leute. Mit Sicherheit. Ich bin deutlich zu schnell auch für diese Gegend. Ich kann eigentlich wieder zurückgehen. Weil, das ist... What the frick, Leute? Ich bin verwirrt. Ich will euch das mal an, Leute. Die Stadt, wenn die nicht so klein ist, ne? Dann habe ich keine Ahnung. Ich renne durch die Stadt. Meine Nachbarn denken sich einfach nur, ich gehe nie wieder los in meinem Leben, solange der Typ mein Nachbar ist. Und ich renne hier mit Höchstgeschwindigkeit an dieser ganz kleinen Stadt hier vorbei. Und selbst wenn ich durch das komplette Land laufen will, brauche ich kein Auto mehr, Leute. Also, ich spare eine Menge Spritz und verbrenne eine Menge Kalorien. Aber es ist einfach nicht gut durchdacht, das Spiel. Muss ich wirklich sagen, Leute. Ich spiele es ja zum ersten Mal. Und es ist einfach nicht gut durchdacht, okay? Ich kann ja diesmal mal beim Rennen mitmachen. Auf Spaß. Gucken wir einfach mal, ob wir diesmal eine Chance haben. Wir haben jetzt 40.000 Geschwindigkeit. Die eine hat 43.000. Also, sie ist noch ein bisschen schneller als ich. Obwohl ich mir 10 Mal mehr Geschwindigkeit geholt habe. Ich müsste normalerweise so... Wow, das ist krass, Leute. Okay, das ist... Oh, hier müssen wir echt vorsichtig sein. Beziehungsweise, wenn sie nicht da mitmacht, dann habe ich eine Chance, Erster zu werden. What? Oh, ich bin schon da. Das ging echt schneller als gedacht gerade. Nicht schlecht. Oh, 50 Diamante habe ich bekommen. Das heißt, wir können uns das nächste Tierchen holen. So, die Frage wird natürlich sein, ob wir uns... Warte mal, war das das hier? Ich glaube ja, ne? Genau, sehr gut, Leute. Ja, das war das Unicorn. Das ist das beste Tierchen, was man haben kann. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es gibt noch anderes Tierchen oder Eier oder so. Weil da gibt es ja sogar... Man kann etwas holen, wenn man drei Eier bekommt statt einem. Aber das sind ja keine Eier da oben. Das ist ja nur ein Shop. Keine Eier, Leute. Hier gibt es keine Eier. Seht ihr das? Ich meine, ich habe gleich 50.000. Leider bin ich immer noch zu klein, Leute. Ich werde auch beim nächsten Rennen mitmachen. Aber ich bin nicht zu klein. Ich bin zu schnell für die komplette Stadt. Uns fehlen noch 2.000. Dann kommen wir zur nächsten Gegend. Die sollte was zu bieten haben, weil ich dann hier die ganze Zeit rum. Und schaut euch mal, wie schnell ich bin. So, die haben das einfach nicht durchdacht, oder? Haben die das durchdacht, Leute? Ich glaube nicht. Okay, jetzt jetzt... Oh, ich bin jetzt schon runtergefallen, Leute, bevor das Rally Bob begonnen hat. Alter, ich... Alter. Hä? Ich bin einfach rübergesprungen. Ich verstehe gar nichts mehr. Race da... Hä? Das... Was? Das... Das... Der Typ konnte schon rennen. Ich auch. Bevor... Oh, jetzt können wir durchgehen, Leute. Jetzt sind wir wieder mega langsam, leider. Aber... Lass mal sehen. Ich weiß nicht, Leute. Also, ich muss sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ich werde das Video hochladen. Aber von den Simulatoren, die ich gespielt habe, Geschwindigkeitssimulatoren, ist das nicht gut. Okay? Also, das mit den Tierchen ist nicht so gut. Und... Ich werde mich beschweren. Ich meine, es gibt genügend andere gute Roblox-Spiele. Aber selbst wenn ich mal da reingucke... Vielleicht, wenn es ein Tierchen gäbe, dann würde ich die mir noch eine Chance lassen. Aber da gibt es halt auch keine Tierchen. Es gibt immer nur dieselbe Gegend. Also, nee. Nee, nee, nee. Es ist... Ich werde es hochladen. Trotzdem, Leute. Ich meine, es gibt Roblox-Spiele. Natürlich werde ich hochladen. Aber ich bin enttäuscht. Ich bin sehr enttäuscht. Nicht wirklich. Es kann mir eigentlich egal sein. Es ist mir mehr egal, ehrlich gesagt. Weil... Wie gesagt, es gibt genug gute Roblox-Spiele. Aber dieses ist, ähm, so ein bisschen so auf die Stelle gemacht. Und Hauptsache, wir machen ein... Ich meine, das mit dem schneller werden ist gut gemacht. Man wird schneller auf jeden Fall. Aber ich habe ja auch Roblox ausgegeben. Und ich wurde nicht wirklich viel schneller, okay? Obwohl ich mal Roblox ausgegeben habe. Ich meine, zehnmal mehr Geschwindigkeit bedeutet für mich, ich bekomme zehnmal so viele Punkte. Okay? Und selbst für die nächste Gegend brauchen wir 250.000. Fünfmal mehr. Und wir haben erst 5.000. Also 50.000 war es so schwer zu bekommen. Und da kann man auch nichts machen. Man kann nur rumrennen, okay? Bei den anderen Spielen, da konnte man wenigstens Tierchen holen. Kann man hier auch, aber das ist der Schock. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, Leute. Aber... Ja, ich freue mich schon auf den nächsten... Naja, was halt... Wie gesagt, ich... Ja, ich freue mich schon auf den nächsten Geschwindigkeitssimulator. Aber das ist mir eigentlich egal, ob er jetzt gut ist oder nicht. Es ist nur... Es ist einfach der schlechteste von den Geschwindigkeitssimulatoren, die ich gespielt habe. Viel zu schnell gemacht. Und naja, war mal ein anderes Video. Aber muss auch mal sein, Leute. So viele Spiele Roblox, wie wir spielen. Irgendeins muss Schläge bekommen, okay? Und das war das Spiel. Was soll ich sagen? Für mehr Videos lasst nur noch um. Da abonniere und koste uns, ob keine Videos mehr dazu aufzupassen. Falls du es zu teilen hast, dann finde ich die Glocke da unten. Dann wirst du mal nachrichtig, sobald ich das Video hochlade. Und du bist zu locken, gang. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich bin bei mir zum nächsten Mal. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye! 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 Bis zum nächsten Mal.